mit anderen mit, dass es wir nicht geschafft haben, sowohl in der alten Regierung, aber noch viel schlechter in der jetzigen Regierung, den Schere zwischen Ost und West zusammenzubringen. Und wenn ein Kanzlerkandidat Antritt 98 und er sagt, ich mache Osten zur Chefsache Ost und er hat nach drei Jahren, nach drei Jahren geht es dem Osten schlechter, als es ihm gegangen ist, als er die Verantwortung übernommen hat. Wir haben zum Beispiel, nur als Beispiel, wenn Sie mich schon konkret fragen, wir haben zum Beispiel Mittel von etwa über zwei Milliarden D-Mark, ich muss jetzt auch immer noch umrechnen, es geht Ihnen vielleicht auch so, in alten Diskussionen laufen immer noch auf D-Mark, man muss dann sehr schnell mal zwei oder mal zwei rechnen. Es kann mit Sicherheit, muss eine Begrenzung der Zuwanderung her, die im Gesetz, weder in der Begründung noch im Gesetz steht. Im Bundesrat klar als Bedingung, das heißt also Absenkung des Alters der Kinder, wenn sie des Nachzugsalters. Dann kommt der fünfte Punkt und der sechste Punkt, kommen sicherlich die Fragen, nicht gleichgeschlecht, sondern ob ich auch Asylgründe schaffe außerhalb der politischen und der rassistischen Verfolgung, also auch Gründe, wenn andere Gründe sozusagen, also aus dem Geschlecht oder Ähnlichen stattfinden, also seine Frauen, die irgendwie wegen ihres Frauseins irgendwo verfolgt werden, ob ich denen jetzt ein zusätzlicher Asylgrund